Seid ihr schon länger wach? Wie spät ist es denn eigentlich? So spät schon. Na, ihr kennt das ja. Man möchte doch einmal in Ruhe ausschlafen. Ich hau mich wieder hin. Oh, was ist denn das hier? Lichtschuld finden. Was? Was ruft der da? Ja, sowas. Das ist doch nicht wahr. Ja, sowas. Oh, Tagedieb. Tagedieb? Was erlaubt der sich? Überall dieses schreckliche Viehzeugen. Das mit dem Tagedieb nehmen Sie aber zurück, Herr Paschulke. Das geht ein bisschen zu weit. Sie fühlen sich wohl ertappt, Herr Lustig. Aber Spaß beiseite. Das hier finde ich nicht besonders komisch. Schauen Sie sich das mal an. Überall hier drunter wimmelt es vor Ungeziefer. Wer sich bei so einem schönen Wetter im Dunkeln versteckt, der ist doch wohl ein Tagedieb, oder? Die haben Sie gemeint. Ja, diese Viecher führen bestimmt nichts Gutes im Schulden. Was meinen Sie? Dabei wollte ich doch nur meinen Dill erben. Wirklich sehr interessant. In der Tat. Ich koche nämlich heute etwas ganz Besonderes. Denn Frau Susemiel kommt zu Besuch. Aber merkwürdig. Was ist denn an Frau Susemiel merkwürdig? Ihr Liebt es dunkel und muffig. Was heißt hier muffig, Herr Lustig? Der Dill ist ganz frisch. Ach, ich meine doch nicht Ihren Dill. Die asseln da. Asseln. Kümmern Sie sich lieber mal um Ihren Garten. Bestimmt kommen diese Krabbelviecher von Ihnen herüber. Na, hören Sie mal. Wie es bei Ihnen aussieht. Sie sollten endlich mal richtig Ordnung schaffen. Ach, da kommen ja endlich meine Delikatessen. Nur das Beste für Frau Susemiel. Wo ist er war? Feinkost, Harald. Der macht es ja geheimnisvoll. Was hat er denn da drin? Aber warum sollte ich hier eigentlich Ordnung schaffen? Sieht doch nicht unordentlich aus, oder? Na ja, hier liegt ja doch eine Menge rum. Ach, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen aufräumen hier. Ach nee, da auch. Asseln. Ja, überall, wo es feucht ist und gammelig. Mal ein bisschen näher ran, ja. Was sind das eigentlich für Tiere? Käfer sind es ja nicht. Käfer haben sechs Beine. Die hier, die haben acht, zehn, viel mehr. Und dann so einen gepanzerten Rücken. Einige können ihren Panzer bei Gefahr zu einer Kugel zusammenrollen. Sehr trickreich. Kannst wieder rauskommen. Ich tu dir nix. Wirklich erstaunlich viele Beine. Und außenrum eine richtig kleine Ritterrüstung. Wehrhaft sind sie auch, die Asseln. Sie sehen aus wie kleine Krebse. Jetzt bin ich mal froh, dass ich ein bisschen größer bin. Ja, ein kleiner Alien unterm Blumentopf. Ja, ziemlich viele Beine. Von unten sehen sie wirklich aus wie Krebse. Aber dann brauchen sie doch Wasser. Krebse leben und atmen im Wasser, wie die Fische. Ohne, ach, was ist denn das? Das schimmert ja so feucht. Na ja, das ist ein kleiner Wassertank. Ja, wenn ein Krebs an Land geht, muss er sein Wasser eben mitnehmen. Und natürlich ab und zu mal auftanken. Ja. Macht die Assel wohl mit diesem kleinen Schnorchel. Na ja, und diese hier? Die ist anscheinend schwanger. Das sind doch Eier. Auch wieder im Wasserbeutel. Ja, die Assel trägt sozusagen ein kleines Aquarium unterm Bauch. Darin schwimmen die Eier. Ja, und ein bisschen später, dann wohl auch die Kleinen. Winzig. Und noch ganz weiß. Trauen sich zum ersten Mal raus. Und sehen wirklich aus wie kleine Krebse. Mit kleinen Scheren. Mit denen halten sie sich auch fest, wenn sie auf der Mutter rumturnen. Pass auf, nicht abrutschen. Na ja, mit so viel Bein kann man sich ja gut festhalten. Und, äh, äh, was fressen tun die Kleinen? Die können doch nicht immer nur rumwuseln. Ah, vermodertes Holz. Und verrottete Pflanzen und so. Na ja, räumen also ein bisschen auf im Garten. Und werden immer größer. Und kriegen langsam Farbe. Neugierig sind sie anscheinend auch. Und Mutter muss sie immer wieder ins Dunkle bringen. Dahin, wo es feucht ist. Denn in der Sonne ist es viel zu trocken. Bloß schnell weg. Tja, ganz schön Trickreit. Die asseln, nicht? Weil es ja Krebse sind, also Wassertiere. Tragen sie immer ein Wasservorrat mit sich rum. Und so können sie auch an Land leben. Ja, aber sie müssen immer wieder ins Feuchte, um aufzukommen. Na ja, ich will ja jetzt nicht weiter stören. Aber nun kümmert euch mal um das alte Laub unter dem Bauwagen. Dann muss ich's nicht tun. Herr Lustig, Herr Lustig, helfen Sie mir. Eine große Katastrophe. Das Abendessen läuft frei in meiner Wohnung herum. Und gebissen hat es mich auch schon. Herr Lustig, schnell kommen Sie. Wird der Nachbar jetzt feinkostmäßig von seinen Koteletts angegriffen? Wo bleiben Sie denn, Herr Lustig? So helfen Sie mir doch. Hilfe, Herr Lustig. Nur keine Panik. Bleiben Sie ruhig. Die Rettung sah ab. Komm, wir doch endlich. Nimm ihn noch mal. Ach so. Gar nicht so einfach. Ey. Oh. Ah. Ah, Herr Lustig. Ja, was ist denn? Gut, dass Sie kommen. Ui, Donnerwetter, Herr Schulke. Sie haben sich auch ordentlich ins Rückgelegt, Ihre Dame. Diese, diese Biester, die sind hier überall unterwegs. Biester? Ja, und beißen können diese Monster, sage ich Ihnen. Hier. Monster? Ja, genau. Wohne. Moment, ein Warngeräusch. Was ist das denn? Was macht der denn da? Ein Flusskrebs. Zwölf Stück habe ich gekauft für mein Festessen mit Frau Susi. Und ich weiß auch nicht warum. Die sind aus dem Korb entkommen und wuseln jetzt alle hier herum. Das, äh, gut, die wollen Sie essen, die Krebse. Oh, ich sage Ihnen, Krebsschwänze in Dillsoße, eine Delikatesse, himmlisch, wenn Sie gekocht sind. Aber diese Biester hier leben ja noch. Ach, Herr Lustig, Frau Susi wird gleich hier sein. Und diese gefährlichen Tiere laufen hier überall herum. Was soll ich nur machen? Na ja, man könnte doch, äh, ja, man könnte sie doch mal ganz vorsichtig. Ach, äh, haben Sie mal eine Salatzange oder sowas? Moment, hier. Ja, danke. Ja, ich habe ihn. Da, eins von Ihren Monstern habe ich schon überwältigt, Herr Pascholke. Auf zur fröhlichen Krebsjagd. Da auf dem Sofa, das ist Ihrer. Da, eins von Ihren Monstern habe ich schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach so, ja, die Krebse, Herr Lustig Die Krebse Ach, die schenke ich Ihnen Für Ihre mutige Unterstützung Danke Ich komme ja schon Solche Delikatessen Bekommt man nicht Tage Also dann, guten Appetit Danke Da stehe ich nun Als stolzer Krebsbesitzer Meine Güte, sind das Schirren Wozu brauche ich Schirren? Trumpt seine Höhle Zur Not hat er ja auch noch seinen Panzer Aber der hat einen gewaltigen Nachteil Der wird nicht größer Der Krebs darunter aber schon Der wächst Da, die Rüstung platzt auch schon aus allen Nähten Tja, da bleibt dem Krebs nichts anderes übrig Jedes Jahr muss er sich umziehen Muss den Panzer wechseln Und das ist eine mühselige Angelegenheit Zuerst ist der Kopf und der Brustpanzer dran Und dann die Schirren und die Beine Das ist das Schwierigste Zieh, Junge, zieh Vorsichtig hier Ja, zuletzt der Schwanz Weg damit Da liegen die alten Klamotten Und der nackte, weiche Krebs Bringt sich in Sicherheit Jetzt kann er wieder wachsen Bis der neue Panzer hart geworden ist Drei, vier, fünf, sechs, sieben Ne, hatte ich den schon? Nochmal Drei, vier, fünf, sechs, sieben Ne Jungs, nicht so zappeln Sonst kann ich euch doch nicht zählen Schön ruhig bleiben Also nochmal Drei, vier, zehn, elf, zwölf Ja, zwölf Ich glaube, ich habe sie alle Ja, aber jetzt Was mache ich jetzt mit euch? Ja, lecker seid ihr Hat der Nachbar gesagt Weißen schlecht heute Ja Und Sie sind schuld Ein Prachtfisch Seit fünf Wochen bin ich schon hinter dem Heer Heute sitze ich schon seit sechs Stunden hier Und Sie latschen da her, pfeifen Wie eine Nachttijal Und vertreiben mir meinen Riesenhecht Och, das tut mir leid Das wollte ich nicht Ich hatte ja heute mehr Glück Hier, sehen Sie mal Ja, Flusskrebse Über ein Dutzend Nicht schlecht, was? So Flusskrebse Wollen Sie nicht hier fangen Sie wollen tauchen wahrscheinlich, nicht? Einfach so mit der bloßen Hand erwischt Nee, nee Weil Feinkost, Harald Acht Markenstück, stimmt das? Naja, eigentlich Habe ich sie geschenkt gekriegt Aber ich will sie nicht essen Und da wollte ich sie hier Freilassen So Tiere einfach hier so Freilassen, ne? Ja Aber hier haben Sie Glück In dem Teich werden Sie ja Krebse hier züchtet Damit man sie später wieder rausangeln kann Sehen Sie mal Tatsächlich Ein Flusskrebs Naja, sicher Irgendwann wird er rausgeangelt Aber bis dahin hat er hier ein schönes Leben In einem sauberen, natürlichen Gewässer Ja, andere Krebse haben es nicht so gut Flüsse und Becher sind heutzutage oft verschmutzt Und einbetoniert Da können Sie kaum überleben Das hier sind die kleineren Verwandten Bachflugkrebse Das sind Vegetarier Sie leben in ruhigen Bächen und Flüssen Aber das ist das Interessante Nur in sauberem Wasser Die sind also genau wie die größeren Krebse Bio-Indikatoren Das heißt, da wo die leben Ist das Wasser gesund und sauber Das könnte man trinken Ohne die Krebschen, versteht sich Diese Hüpferlinge kennt ja jeder Wasserflöhe Nur, es sind gar keine Flöhe Sondern auch Krebse Die ganz kleinen Verwandten Das Schöne ist Sie sind durchsichtig Und so kann man ihr Innenleben beobachten Hier sind die Eier drin Und da unten schlägt das Herz Vorne strudelt sich der Floh Atemwasser Und kleine Algen rein Und die laufen dann durch eine Speisehöhre Da unten sieht man es Und kommen hinten wieder raus Es sind richtige kleine Krebse Aber aufgepasst Wenn die sich massenhaft vermehren Heißt das nicht, dass das Wasser sauber ist Im Gegenteil Es ist vielleicht überdüngt Es gibt zu viele Algen Man glaubt ja gar nicht, wie viele Krebssorten es gibt Das hier sind enge Verwandte der Asseln Die Wasserasseln Sie wollten nicht an Land bleiben Es zog sie ins Feuchte Und jetzt arbeiten sie als Müllmänner unter Wasser Fressen vergammelte Pflanzenreste Und halten Bäche und Tümpel sauber Eigentlich sehen sie hübsch aus So atmen sie Sie wedeln sich den Sauerstoff aus dem Wasser Hier hat sich ein Männchen ein Weibchen geangelt Na ja, dann macht mal viele kleine Wasserasseln Damit das Wasser sauber bleibt Dann fühlen sich die Wasservögel wohl Und die Fische Und damit auch der Mensch Ah, schön ist es hier Ach, die Krebse Hätte ich fast vergessen Ich wollte sie doch freilassen Können Sie mir mal helfen? Dann können wir das von dir machen So Na los, komm, hopps Ja Na, nur gut Ja, aufhör die Freiheit Na, willst du nicht? Komm Es ist irre, was es alles für Krebse gibt Ausländische, exotische Eine Rennkrabbe Die rast den Strand auf und ab Und kann ihre Augen an Stählen so wegklappen Spoilermäßig Toll, was gibt's denn sonst noch so? Ach, der hier Der Palmendieb Der Krebs kann eine Palme hochklettern Und oben die Kokosnüsse knacken Und so gewaltigen Scheren Wenn der den Paschulke erwischt hätte Ja Ah, war das schön mit Frau Suse Miel So, na, das ist er hübsch Dann wird es ja wohl bald Flitterwochen geben Lustig Sie, da hätte ich einen Vorschlag für Sie Sehen Sie mal hier Die Weihnachtsinseln Im Indischen Ozean gelegen Wunderhübsch Aber einmal im Jahr kommen die Krebse Millionen roter Krebse überfluten die Insel Und dann sind sie überall in den Häusern In den Schubladen, in den Schuhen Wie bei Ihnen zu Hause Ach, sagen Sie Sind die ungeheuer unter Kontrolle? Ja, ja, kein Problem, Herr Paschulke Die Biester sind da, wo sie hingehören Im Teich Aber wussten Sie, dass ich auch Krebse habe? Ja, hier überall im Garten Ja, ich zeige es Ihnen Kommen Sie mal Aber, äh, keine Angst, die beißen nicht Ehrenwort Hier, sehen Sie mal Das sind auch Krebse? Mhm Zwar keine Delikatessen, aber dafür umso nützlicher Die Asseln Meine kleinen geprenzerten Gartenritter Jetzt im Dunkeln gehen Sie auf Nahrungssuche Ach, was heißt hier gehen? Die rennen Sieben paar Beine haben die Krebschen Das macht 14 Füße Und wenn jeder davon pro Sekunde 16 Schritte macht Ja, das hat ein Forscher rausgekriegt Dann macht eine Assel locker 224 Schritte in der Sekunde Und warum das ganze Gewusel? Na, um zu fressen natürlich Und gefressen wird das hier Totes Holz Abgestorbene Blätter Verrottete Pflanzen Na, eigentlich dieselbe Speisekarte Wie die des Regenwurms Und deshalb ist die Assel genauso nützlich wie dieser Wurm Sie beseitigt Vergammeltes Unermüdlich Was sie nicht verdauen kann Wird ausgeschieben Logisch Und das wiederum Dieses schwarze Gekrümel da Wird gefressen von noch kleineren Tieren Von Springschwänzen zum Beispiel Und wird zu gutem Humus Tja, so gelangen die Nährstoffe Die in den Pflanzen waren Wieder in den Boden zurück Recycling vom Feinsten Wir können eine Menge lernen Von diesen kleinen Müllmännern In ihrer fabelhaften Rüstung Ja, sehen Sie, Herr Nachbar Ein guter Gärtner muss also froh sein Wenn er eine Menge Asseln im Garten hat Naja Wenn das wirklich so ist Ich glaube, ich gehe jetzt mal, Herr Lustig Ja, und Vergessen Sie nicht, zu Hause mal ein bisschen aufzuräumen Ja, äh, ihr Könntet doch auch mal nachsehen Im Garten So unter Blumentöpfen Und unter alten Kästen und so Ob ihr diese nützlichen Krebse habt Die Asseln Ihr wisst schon, nicht? Naja, ich würde auch mal Ja, Lustig Ja, ich würde auch mal